Hans-Peter Engler, Diplom-Verwaltungsbetriebswirt, Oberstudienrat, 57 Jahre alt, verheiratet mit Katharina Engler, ein Kind, Alexander, 6 Jahre alt. Lehrer am beruflichen Schulzentrum Bietigheim-Bissingen und Lehrbeauftragter am staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung berufliche Schulen Stuttgart. Er setzt sich besonders für die Bereiche Bildung, Familie und Wirtschaft ein. Bietigheim-Bissingen ist für ihn eine lebens- und liebenswerte Stadt. Hans-Peter Engler, 57, Lehrer. Wir alle sind Bietigheim-Bissingen.